Halleluja meine Freunde und damit herzlichen Willkommen zurück zu The Cutting Travel Town Battle Da Luca, Tau Tau, Krabs, Anne, Krenz, Goro, Ich, Kondran, Manus, Schicko, Fisk Ja und da unten fehlt einer. Was hier ist? Da fehlt eigentlich keiner. Das ist halt so wie es ist, ne? Aber, ähm, sieht halt komisch aus. Oh, ist es Nebel? Oder wie? Ach nee, ach wir sind an der World Border gespornet, sehe ich gerade. Warte. Ach nee, das sieht nur so aus. Okay, ich dachte wir wären schon wieder am Arsch der Welt. Gut, sind wir teilweise auch. What zur Hölle sind wir hier wieder gespawnt? What zur Hölle sind wir hier gespawnt? Plup. Ach, tot. Das ist, äh, links von der Mitte. Stimmt. Links von der Mitte, links von der Mitte. Gut, soll man sich merken. Habe ich jetzt einen Stein hier. Aha. Buh, 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 buh. Okay, der wird hält wohl besser. Äh, wo ist denn hier der Verkaufstrigger? Hier. Unds. Zwei. Oh. T-t-t-t-t-t-t-tada-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum. Viel zu groß, der ganze Kack hier. nix 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 wahnsinn was ist die marzei von nix richtig nix wahnsinn also da oben gibt es ja noch weiter der hälfte hat man hätte es ist ich sagen dass sie die scheiße hier so teuer gemacht haben irgendwie läuft diesmal also diesmal läuft es wirklich richtig gut also bis auf also bis auf scheiße ist hier nämlich nichts wahnsinn absoluter wahnsinn dann lösen wir die kacke einfach mal aus und wenn wir irgendwo noch einen stein finden hätte ich gern wenigstens noch ein messer da zum beispiel thank you so warte mal das geht da hinten aus sprich da ist die mitte sprich wir gucken welche seite ist auf der mit 3,8 ort das war immer zu machen pd Ja. Also, die Verkaufstrick aus hier oben. Ja. 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 Also, ich hätte ja auch nichts gegen Waffen, ganz nebenbei mal so gesagt, aber... ...fällen uns noch angenehme... Fünf schnittige Dinger, wer ist denn da aus? Koron Grenz, kill it by suicide, kill it by konton. Hm, 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 hm. Tja, wir können ja eigentlich ja noch warten, weil irgendwann gibt's ja Kohle. War das nicht so? Weil das, was ich hier hab, bringt uns nur vier. Sprich, da fehlt uns immer noch ein Credit. Ihr Opponent hat nur ein Knopf und hat jemand anderes töttet. Kill Switchsender in einer Minute, okay. Wir gehen einfach mal in die Mitte. Oh, Moment. Da kam die Kohle. Aber auch grad so ausreichend. Jupp. Jupp. Naja, wenigstens T3. So. Da haben wir noch irgendwo rechts die Ruhe holen, links war ja auch noch mal bitte. Aber... Bis dato... Ach, hier ist jetzt auch dieser komische Knopf vorstelle. Guck mal einfach mal was passiert. Vielleicht kriegt man ja irgendjemanden aus dem Versteck hier raus. Auf jeden Fall sehr laut. Also wirklich großartig hat sich da nix getan. Wir gehen einfach mal in diese komische Höhle hier da rein. Vielleicht finden wir ja da irgendwas. Gut, abgesehen davon, dass hier Gas ist. Beilt sich das weiter aus. Ne, das geht wieder zurück. Okay. Okay, 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 okay. Um... Ey mal hier. Hier. Was haben wir denn jetzt hier noch? Gelöt' bei Suicide, gelöt' bei... Da, Luca. Ach, guck' an. Da ist jemand. Kann auch dadurch sein, weil das ist bewährtes Konzept. Ja. Das ist ein bewährtes Konzept von ihm. Warte mal, ich mach mir erst mal kurz hier an den Rucksack. Da, 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 da. Oh, da rennt er da drüben. Gucken wir mal, wer das ist. Da, da. Wer ist das? Wer ist das? Tautau. Ja, da kriegt er erst mal richtig gut auf die Fresse der Kleine. Ach, Tauta hat aber auch alles Indus, was man Indus haben kann. Aber... Dann holen wir dementsprechend auch ab. Ist er doch schneller zu sprinten, oder? Ja. 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 Wir warten kurz. Gut. Und wir gehen weiter. Das ist immer so das, was ich sage. Tautau hätte jetzt... War doch Tautau, oder? Tautau killt bei Dalu Card. Na, sag ich doch. Tautau hätte jetzt nie sich mit mir kurzerhand mal verbindet und Dalu zu kennen. Nein. Er hätte natürlich weiter auf mich eingeschlagen. Deswegen sinnvoller Grund, wenn Dalu Card kommt. Entweder A. Gemeinsam auf ihn drauf. Oder B. Wegrennen. Also in dem Falle jeweils für dich selber wegrennen. Äh... Im Sinne von... Joa... Wegrennen halt, ne? So. Haben wir wenigstens erst und wieder volles Leben. Haben wir uns aus dem Kampf gerettet, ne? Das erzeigt dann auch die Erfahrung. Ich meine, manche sind halt blöd und lernen es nie. Entschuldigung, Tautau. Ist aber halt so. Und... Joa... Gucken wir mal. Hier wird definitiv noch keiner drin. Noch so ein beschissener Schlagring, den ich noch brauche. Nix im Kühlschrank. Kann ja nicht wahr sein. Und auch nix hier drin. Schlimm. 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 Warum kommt man hier oben eigentlich drauf? Verstehe ich nicht so ganz. Ach, deswegen. Ach, deswegen. Ja, sieht aber relativ ruhig aus. Wo können wir mal noch hingehen? Ich überlege gerade. Weit aufwissen wird hier jetzt mittlerweile nicht mehr allzu viel sein. Hm. Ich überlege gerade schon. Können wir mal hingehen? Da hinten war's? War's da hinten jeweils schon? Ich weiß es nicht. Da hinten ist auf jeden Fall die Hütte. Die wird definitiv schon gelootet sein. Da ist ein Airdrop. Den können wir ja nicht rufen. Hm. Ah ja, komm. Scheiß drauf. Wir gehen einfach mal drinnen. Gut, boi, fist. Gut. Damit wär schick auch schon mal raus. Was? Ach, hier ist noch eine Brücke. Ach, das ist hier auch noch eine Brücke. Hey. Moment. Wo, wo, wo denn? Wo denn? Ach, hier. Hm. An was man hier alles dran vorbeiläuft? Wahnsinn. Ming. So. Boah, jetzt hier war es nicht. Hier war ein Airdrop. Hier war diese Giftkacke. Ach, da war noch eine Hütte. Das soll noch keiner drinnen gewesen sein. Na doch, war schon. Sogar eine blaue Kiste geöffnet. Sehr freundlich. Ich mach mal hier zu, ja. Ist sonst unhilflich. Aber vielleicht hat er nicht alles mitgenommen. Gucken wir mal. Na doch. Gut. Also hier war definitiv einer. Lüpp. Bah. drin. Und der hat. Oh. Halt. War hier nicht irgendwo. Ne. Das war ein Scheißhaus. Vergiss es. Okay. Also da. Definitiv. Nicht mehr. Hm. Wo könnte noch was sein? Wo könnte noch was sein? Da ist die Mitte. Ist ja klar. Ja. Die Map dürfte ja mittlerweile auch schon kleiner sein. Oder? Achja. Wirds. Die wird grad kleiner. Ui. Schaffen wir das überhaupt noch? Ne. Die sind schon eingehüllt. Kacke. Jetzt gewidert sogar noch bei uns. Wahnsinn. Ah. Da war auch schon eh noch. Schade. Aber das andere haben wir gelootet. Sprich da war ja auch kindermäßig. Sprich die Map verengt sich jetzt so daheben. Wo haben wir denn zur Hölle? Es gibt doch noch nichts mehr. Es gibt doch noch nichts mehr der Dankestelle. Die erste Dankestelle ist ja hinten irgendwo. So. Hätte mal 78. Genau. Hier ist unsere Hütte wo wir jetzt grad waren. Hm. Aha. Was sind das? Gibt es Schlüssel dafür? Gibt es Schlüssel dafür? Okay. Der ist auf jeden Fall im Wasser. H yerde gemacht quer. Und jetzt auss Sé hace mal so. Alô hóó. Grüssi. Wer sind wir denn? Die Anne? Ah. Äh. sehr schön, da sind wir wunderbar in diese toxische Scheiße reingelaufen wie weit gehen die toxische Scheiße jetzt schon hoch, ist ja der hellste Wahnsinn dass wir hier natürlich wieder jenseits funkt ja, Anne hat natürlich wieder alles, das ist klar hey, guck mal, da ist eine Kiste, hui Wahnsinn, wie schnell man hier aus diesen Scheißgeblocke rauskommt mit diesem neuen System Und hier sehen wir Dalu, also Sprichwort Anne eh gleich von Dalu gekillt Naja, man lernt's halt nie, aber Frauen, bis denne, Peace